Okay, das sieht krank aus. Ja, mir geht's auch gut, Pikachu. Ja, hallo Leute, jetzt wieder der Lanzerzoro. Pikachu, könntest du aufhören? Danke. Ja. Ähm, ich sag dir aufhören. Du kriegst gleich in die Fresse. Was zur Hölle? Wie auch immer. Ich dachte mir, ich lade mir mal heute wieder ein, äh, der Spiel illegal runter. Und, ähm, ja. Zwar hab ich mich entschieden für Pokémon Dash. Und das werden wir jetzt hier einfach mal zocken. One Player. Wie kannst du ruhig mich jetzt schon auf? Äh, get to the goal using this sliding action. Okay. Das ist ein, äh... Ja, let's show blinds halt. Get the checkpoints in, okay. Direction of the checkpoints is shown by the arrow, okay. Race together with Munchlax. Okay. Dann... Laufen wir mal dahin. Ah, sehr gut. Warte, da, 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 da ist das Ziel, okay. Ah, verstehe. Ich will eigentlich nicht mit Pikachu spielen, sondern mit Gek Arbor. Das ist mein Lieblingsstart-Pokémon. Weil ich, äh, ja, weil Gewaldro eben mein Lieblings-Pokémon ist. Ja, erstmal durch den Rasen. Ist egal, Pikachu. Scheiß drauf. Yeah, Ziel. Ja, ich war Erster, würde ich sagen. Und der Maus ist natürlich ein bisschen schwierig hier zu kontrollieren. Wo läuft der lang? Egal. Ja, ja. Hoffentlich kommen keine wilden Pokémon. Oh, nein. Okay, verstehe. An verschiedenen Orten kann man eben wahrscheinlich auch mit verschiedenen Pokémon verschieden schnell laufen. Oh, mein Gott. Schwimmen ist auch nicht gerade leicht, oder? Pikachu seufzt ab. Okay, verstehe. Nee, ich gehe drumherum. Ich bin ja nicht blöd. Aber ich wette, mit Wasser-Pokémon könnte ich durch. Ha, wusste ich's. Das geht auch anders. Okay. Interessant. Nein. Um den Macho-Pikachu. Nicht immer im Dreck-Spiel. Du Dreck-Schwarz. Ich war doch schon fast durch. Moment. Anlauf. Ha. Geschafft. Yay. Wo war Relaxo? Äh, Mamfaxo? Pikachu dreht der Rad. Das ist cool. Ich mag das Spiel. Ah. Warum? Das ist so witzig. Ich mag das Spiel. Okay. Dann go. Erster. Sandpad, okay. Ah, Speedrun. Das gilt auch nur für den Wald, oder wie. Sand Speedup, okay. Sehr gut. Okay, Swampad. Damit kann ich dann gut durch den Sumpf. Sehr gut. Labras. Sehr gut. Labras, mach hin. Verstehe. Das ist cool. Sehr gut. Hot Air Balloon and Radar. Okay. Okay. Na, da, 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 da. Äh, if you get the balloons, our symbol will appear in the upper left of the screen. Epic. Okay. Once you use the balloons, you can fly high by riding in the hot air balloon. Ja, dann würde ich mal gerne verwenden. Woos. Look at the radar, okay. Use the shadow to the side wave. Okay. Da will ich landen. Runter. Yeah. Ach, wie. Man muss erst auf die andere. Das ist doch scheiße. Dann muss ich nochmal neu machen, glaube ich. Retry. Das ist zwar bitter im, äh, Trainingslevel, aber ne. Ah, was hab ich getan? Moment. Moment. Ah, hier ist ja was. Wieso bin ich denn hier jetzt oben? Das ist falsch. Ah, da, da, da. Dick, da, gib mir. Ich will die falsch rum haben. Andersrum. Genau, so ist besser. Richtig rum, meine ich. Ist gut. Yay. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich muss also erst da vorne runter. Das heißt runter. Der ist schneller als ich gewesen. Komm mal hoch. Da, Giga. Two to go, okay. Sehr schön, ich bin schneller. Runter. Sehr gut. Drauf, 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 drauf. Sehr gut. Da unten ist mein Faxo, okay. Da, 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 da. Dive. Dive. Ja. Das Pikaschudder von nicht stirbt, ist mir auch ein Rätsel. Äh, äh. Ist das schon. Und ich hab geschafft. So gut. Okay. Interessant. Rise. 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 Dann runter. Durch, 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 durch Mainz. Ha. Und hoch. Poppup. Ja, ich weiß, wie das geht. Rocks are solid, okay. Das heißt, ich darf nicht auf Felsen landen, sonst bin ich tooooot. Runter. Rise. Bam, und tot. Nee. Und Rise. Und Rise. Also, sehr gut. Ich glaub, hier hätt ich nicht so schnell landen dürfen, oder? Gut. Dann hab ich's richtig gemacht, wahrscheinlich. Wenn doch, dann hab ich's falsch gemacht, aber naja. Äh, dive, 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 dive. Naja, Ballons kann man ja auch schon mal haben. Braucht sie zwar jetzt nicht, aber egal. Ziel. Ja, ich hab's geschafft. Ach, jetzt hätte ich wieder einen Pirat schon rumziehen können, ne? Regular Grand Prix. Okay. Na dann, Green Cup. The smell of color of green. Yay. Okay. Drei. Zwei. Eins. Sehr gut. Das ist auch wieder mal so ein Nur-Touchscreen-Spiel irgendwie, ne? Mal schauen, ob hier schon alle Elemente vorkommen, oder ob man nur rennen muss. Na, da, 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 ich bin vom Kurs abgekommen. Aber ich bin wieder direkt schnell. Ja, nja, nja. So. Ja, da, da. Fast. So. One to go, one to go. Yes. Wer ist erster? Wer ist erster? Wer ist erster? Yeah. Na, ganz gleich. Obwohl, die anderen waren auch nicht so schlecht. Obwohl, doch, dieser Sam war schlecht. Dieser Sam war schlecht. Ja. Scheiß auf das Replay. Run through, from the coastline to the forest. Okay. Jetzt habe ich, ah, jetzt bin ich jetzt vorne. Das ist gut. Da, 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 da. Aus dem Weg, maut sie. Irgendwo Labras oder so. Ich weiß ja nicht. Sehr gut, 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 sehr gut. Ach da, verdammt, ich hab mich vertan Sorry Scheiße, 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 scheiße Mauzi ist viel schneller als ich Ah, der war schneller Vielleicht hab ich ihn Scheiße auf die Rocket Ich bin besser Nein, 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 Mauzi, du wirst nichts gewinnen Ich gewinne, ich gewinne Verdammt Nur zweiter Aber mit Handscreen wäre es leichter Mit so einem Dings hier ist es ein bisschen ärgerlicher Insgesamt bin ich auch noch auf Platz 2, verdammt Obwohl eigentlich dürften wir gleichzeitig auf sein So, gleich auf Okay, und zweiter Wer ist erster, wer ist erster Verdammt, nein, 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 nein Moment, Moment, Moment Das hat nicht geklappt Ich bin wo falsch hingekommen Grass speed up Okay, das heißt, ich darf nicht in Sand erstmal Okay, jetzt erstmal woanders hin Interessant Geh, ja, ja, geh doch hoch So Aber noch eins Weil speed up Weiß er nicht Na, da, 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 da Da, da, verdammt Das ist so ärgerlich mit dieser Maus Man weiß nie genau, wo man Sun speed up Na dann Ich hab ihn ins Wasser geschubst Ich bin so asozial Nein, 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 nein Gib mir das Sun power up Verdammt Ich will es Oder hab ich's immer noch? Ich weiß es nicht Wahrscheinlich doch Verdammt, falsch gelaufen Bin schlecht Letzter Vierter Na, wie auch immer Oh, so'n Scheiß Okay, wie bin ich insgesamt jetzt? Drei, oder? Mach immer noch Zweiter Sehr gut Oh, mir Mausie ist sehr weit vorm Frey High Mit dem Hot Air Berlin Okay, toll Das war jetzt ein bisschen ärgerlich Also mit dem Touchscreen Würde ich's wahrscheinlich leichter schaffen Aber So aus dem Handgelenk Ist das ein bisschen ärgerlich Hier gerade Muss ich hin Bam, und tot Okay Nein Woher soll ich denn die Reihenfolge wissen? Ne, komm noch mal We'll try Was das geht Wundert mich überhaupt Nach der Kart geht das Nicht so einfach Glaube ich, oder? Oder doch? Naja, warum Guck mal So, wo genau Muss ich jetzt hin Zuerst Ich folge erst mal Flemmli Wo geht Mord ziehen? Na dann Tick's to go Ich will auch Ich will auch Ich will auch Dick da Gib mir Gib mir Achso, ich hab schon wieder Okay Wo ist jetzt hier Irgendwie ein Dings Dick da Ah, sehr gut Hier ist noch so ein Ding Da, Dick da Dann mal starten Eigentlich muss ich immer nur Mauzi nach Da vorne, oder? Der lasst mich Richtig sein Okay Bam Aua Voll im Wald gelandet Ach scheiße Das war falsch Mauzi war da auch, oder? Weiß nicht Ach scheiße Unterfallgeschwindigkeit war 700 kmh, oder so Okay Okay Schnell, 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 lass mich schnell zum Pikachu-Insel Boah, bitte lass es die endlich sein Aber ich glaub, die ist es, oder? Ist es die nicht? Ist es die nicht? Nein, ist es for wrong order? Ich glaub's ja nicht Was soll denn dieser Scheiß? Wie soll ich's denn da schaffen, wenn mir immer die falsche Reihenfolge angezeigt wird? So, das ist es jetzt Runter, 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 runter Shark, Shark Fast gestorben, aber egal Rise Jetzt aber, Pikachu-Face Gib mir endlich Nein, Doc Cheek, du wirst nicht gefallen Verdammt Immerhin dritter Die Reihenfolge war ja, weil wir schießen irgendwie Head to the race, just on the voice, we cut the island, aim for the top Toll Ich hab immer schlechter Aber immerhin dritter Dritter, das ist auch in Ordnung Insgesamt Achso, ich bin nicht mehr dritter Was die mir jetzt gesagt haben, da hab ich gar nicht mehr drauf gehört, aber Scheiße, ich muss unten hin Ach man Zum Glück hab ich ja den Ballon Das musst du also jetzt richtig sein Ja, wie? Jetzt ist wieder Fall Das ist doch behindert Dann ist Mausi schon da oder Ich versteh's nicht So, nochmal Wo muss ich denn jetzt hin? Bumm, wird irgendwas angezeigt Ich weiß aber nicht genau was Sehr gut, okay Da sind sie Sehr gut to go Ach, Labras, sehr gut Okay Mausi ist schon wieder hochgeflogen Ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster Die anderen sind jetzt auch nicht schlecht oder so, aber Egal Ach, Scheiße Jetzt gib mir Ich verhack mich da irgendwie immer Knapp So, hoch Ich- hat einen Vorteil. Der kennt sich aus mit Ballon fahren. So. Wo muss ich hin? Jetzt wird es oben angezeigt. Das gefällt mir. Aber ich weiß nicht genau, wo das ist. Das ist mehr so ein Bimmelbildspiel. Ich weiß nicht. Nein, jetzt habe ich es eingeklappt. Verdammt, wie soll ich jetzt noch gewinnen? Hä? Ach, da vorne sind die alle. Runter, runter, runter. Jetzt bin ich ein bisschen dran vorbei. Vor allem im Sand wird es schwierig, da hinzukommen. Hier zählen punktgenaue Landungen. Stirbturge, äh, hier Dings da. Ein Labrass, sehr gut. Ich glaube, jetzt kann ich es wieder schaffen. Ich bin Zweiter aktuell in der Wertung. Jetzt bin ich dritter. Jetzt bin... Verdammt, die haben sich alle einen Ballon genommen, Idioten. Ja, ich hätte mir auch einen nehmen sollen, oder? Hätte ich? Ja, hätte ich. Nein! Verdammt, was habe ich jetzt gedrückt? Das gibt es doch nicht. Jetzt mach... Ach... Ja... Ich mach nochmal von vorne. Verdammt. Das ist so kacke, mit so einer Maus das zu machen. Maustier und Co. haben, die haben es gut. Die haben ja alle... Touchbands. So, Labrass, schick mich rüber. Gut. Ich nehm hier schon mal Ballons. Zack. Rise. Hoch müssen wir. Okay. Wo hoch? Genau, auf diesem Fass, äh, Dingster-Pfad. Na? Hoch. So. Nein, ich will nicht diven. Nein, bloß nicht. Bloß nicht. Bloß nicht. Bloß nicht. Nein, 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 nein. Verdammt. Das war... Äh, jetzt doof. Das wollte ich gar nicht. Wo ist Labrass? Da ist es, oder? Labrass, gibt mir Speed. Der, äh, Labrass auf Droge. So. Muss ich mir noch diesen... Genau, das wusste ich nämlich nicht. Ich dachte, ich müsste damit Labrass weiter. Wo musste ich jetzt hin? Katschurzel, okay. Da ist sie. Yes, er ist da. Nehmt das, ihr Pedder. War ich nicht gut? Ich sag, ich war gut. Und jetzt gesamt wieder Zweiter. Okay. Yeay. Ich kann schon wieder in den Ohren ziehen. Ja. Ja. Und auch so an sein Backen. Das ist doch... Ah, das muss doch tödlich sein. Was soll das denn? Pikachu, du tust mir leid, aber ich mach das trotzdem immer wieder gerne. Pikachu verabschiedet sich dann von euch. Und bis zum nächsten Part von irgendeinem Let's Play von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen übrigens. Ja, bis dann, schau euer Leute ins Zorro. Das ist ein seltsames Spiel.